In Österreich und der Schweiz haben die Behörden nach zweijähriger Testphase an zwei Anlagen in Wildhaus St. Gallen und im Vorarlberger Skigebiet Silvretta-Montafon nun die Genehmigungen für den autonomen Betrieb von zwei Sesselbahnen mit Beginn der Wintersaison 23-24 erteilt. Das teilte Doppelmayr am Donnerstag in einer Aussendung mit. In Kabinenbahnen werde das Auro-System, kurz für Autonomous Ropeway Operation, bereits seit 2020 eingesetzt. Seine Software kann in Echtzeit, Lage, Bild- und Videodateien analysieren, auswerten und reagieren. Die Kameras werden durch Sensoren wie Lichtschranke, Bodendruckplatte und Rampenbegrenzung ergänzt. Hinzu kommen Notausschalter und Gegensprechanlage. Das mit Künstlicher Intelligenz trainierte System könne Gefahrensituationen beim Ausstieg an der Bergstation in Sekundenbruchteilen erkennen und selbstständig entscheiden, ob die Anlage weiterfährt, abbremst oder stoppt. Damit könne der Personalbedarf einer Standardanlage um bis zu 50% reduziert werden. Unter Berücksichtigung der Lizenzkosten sei mit Auro eine Einsparung von bis zu 35% der Personalkosten möglich. Zudem könne ein Mitarbeiter mehrere Sesselbahnen von der Talstation aus betreuen. Damit könne der zunehmende Personalmangel abgefedert werden. Außerdem ermüde das System nicht, so Doppelmayr. Eine Nachrüstung sei auch bei bestehenden Anlagen möglich. Die technische und digitale Innovation zeigt sich auch in den Zahlen von Doppelmayr. Mit einem Umsatz von 946 Millionen Euro ist das Geschäftsjahr 2022-2023 der Doppelmayr Holding zu Ende gegangen. Ein Plus von 6,7%. Erstmals in der Unternehmensgeschichte habe Nordamerika den Heimatmarkt Alpen als umsatzstärksten Markt abgelöst, so Doppelmayr. Und dann wird das Geschäftsjahr 2022-2023 der Doppelmayr.